willkommen zu einem neuen börsen cocktail heute geht es um das spannende thema edelmetalle und gold und zu diesem thema freue ich mich sehr den gast carsten menke hier im studio begrüßen zu dürfen guten tag herr menke er ist edelmetallexperte bei der bank julius bär danke für die einladung sehr gerne schauen sie mal was sehen sie da ein goldfrenneli genau ein goldfrenneli und zwar ist das der jahresbonus eines mitarbeitenden in einer wirtschaftsredaktion also ich muss das jetzt vielleicht genauer erklären wir haben intern ein börsenspiel bei der finanz und wirtschaft zu jahresbeginn konnten wir drei wetten abgeben zum einen auf den goldpreis zum anderen auf die cs aktie und zum dritten auf den neuen f&w swiss 50 index aktienindex und da liegt das gold vorne moment da würde ich mal schwer davon ausgehen dass das gold in der tat ich werde jetzt auch nicht öffentlich preisgeben was ich dafür wetten abgegeben habe aber jetzt ganz interessant ich habe das jetzt gestern noch gegoogelt dafür bekommt man 371 franken momentan das ist ein freneli mit einem nennwert von 20 franken aus dem jahr 1949 soviel ich weiß wurden die münzen von 1897 bis 1949 geprägt das heißt es ist eine der letzten prägung also sehr spannend drücken sie mir die daumen dass ich vielleicht bis jahresende noch für mich hier verbuchen kann ja gold sehr spannend wie kann man denn als privatanleger in gold investieren welche optionen hat man da wenn wir das friedlich schon da haben dann fangen wir doch mit dem mit dem physischen gold an münzen klein groß waren klein groß physisch hinterlegte goldprodukte gibt es wirklich sehr viele verschiedene möglichkeiten um als anleger ins gold zu investieren aber kann ich jetzt bei irgendeiner bank reinlaufen an den schalter und einen goldwaren kaufen sagen ich hätte gern goldwaren und den damit nach hause nehmen grundsätzlich schon also die banken sind eben auch involviert in den vertrieb von physischen goldprodukten wobei wahrscheinlich in der heutigen zeit man es eher ankündigen muss je nach größe des kaufauftrages dass man eine gewisse vorlaufzeit hat um das gold auch zu bekommen darüber hinaus gibt es eben ja unabhängige goldhändler die eben auch münzen barren vertreiben beziehungsweise eben auch voranbieter die dann diese physisch hinterlegten produkte im portfolio haben ja ich habe dann auch gemerkt das kann man auch online kann man auch ja natürlich genau bestellen okay aber dann hat man lagerkosten beziehungsweise man muss sich überlegen ja wo lagere ich jetzt meine goldbarren oder meine sammlung von gold fräneli zu hause das hängt natürlich davon ab was man für ein sicherheitsbedürfnis hat wenn das gold wirklich die die eiserne reserve für den krisenfall ist für den fall eines zusammenbruchs des finanzsystems dann sollte ich es natürlich idealerweise zu hause im eigenen safe halten wenn ich mehr vertrauen in die banken habe dann kann ich es auch bei der bank im safe halten und wenn mir die die physische verfügbarkeit nicht so wichtig ist dann ist wahrscheinlich ein physisch hinterlegtes physisch hinterlegte etf die geeignete wahl weil ich sehr leicht ins portfolio reinnehmen kann und auch wieder rausnehmen kann und das sollte das stadt und das portfolio auch stabilisieren grundsätzlich ja also für uns ist gold eine eine versicherung ein sicherer hafen der sich in aller regel recht unabhängig von dem hauptrisiko im portfolio von den aktien entwickelt und wenn man jetzt so ein gold etf hält im rahmen seines portfolios kann man sich das gold an jederzeit ausliefern lassen im krisenfall da gibt es einige die bieten das an andere wieder nicht also wenn man daran interessiert ist dann müsste man sich die bedingungen dieses produktes sehr genau anschauen um eben diese eventualität auch abzuchecken also darauf muss man achten wenn es wichtig ist ja sicherheitsbedürfnis hat genau ich kann nicht davon ausgehen dass es bei jedem produkt möglich ist und dann gibt es ja noch zertifikate richtig die unterscheiden sich wie genau von von einem reinen etf also die einfachsten zertifikate haben sich auch zum ziel gesetzt den goldpreis die goldpreisentwicklung nachzuvollziehen und das kann tatsächlich dann auch physisch sein aber es kann eben auch über derivate über futures sein was man grundsätzlich bei zertifikaten beachten muss ist das emittentenrisiko dass ich eingehe und man kann natürlich auch zertifikate nutzen um jegliche auszahlungs profile zu kreieren man kann von steigenden preisen partizipieren an fallenden preisen partizipieren man kann eine untergrenze einziehen eine obergrenze einziehen aber das ist natürlich nichts was diesem anspruch eines sicheren hafens gerecht wird sondern da geht es wirklich dann darum eine sehr genaue marktmeinung abzubilden also wenn man das gefühl hat der goldpreis steigt dann kann man da long gehen im derivatmarkt und sonst geht man eine short position ein und kann so seine eigene meinung auch verwirklichen wenn man auf fallende preise spekulieren möchte das geht natürlich auch okay und dann gibt es ja auch noch die möglichkeit in goldminenaktien zu investieren was denken sie was muss man da beachten die sind ja sehr volatil das ist richtig und das erste element was es zu beachten gilt ist dass eben die goldminenaktien sich nicht nur mit dem goldpreis bewegen sondern auch mit dem aktienmarkt an sich also ich nehme ein zusätzliches aktienrisiko mit ins portfolio plus geologische risiken unternehmensspezifische risiken managementrisiken politische risiken regulatorische risiken also ein ganzer strauß an zusätzlichen risiken den ich dann ins portfolio nehme also wir bewegen uns das sehr weit weg von einem sicheren hafen das ist wer das sucht der sollte von diesen minenaktien vielleicht lieber abstand also wenn man schaut wie sich gold und goldminenaktien in krisenzeiten verhalten haben da schneidet das gold deutlich besser ab als stabilisierendes element im portfolio gegenüber den goldminenaktien okay prima und wenn ein anleger jetzt wert darauf legt dass auch seine esg kriterien beim gold angewendet werden wo setzt man da bei der suche an also wenn wir beim e sind bei der umwelt beim environment ist es natürlich schwierig sobald ich anfange ein großes loch in der erde zu graben und chemikalien einsetze um eben das gold aus dem gestein zu lösen dann bewege ich mich da eher in einem umwelt mäßig schwierigeren umfeld wobei die die london bullion market association also eine zentrale instanz im goldmarkt eben gewisse mindeststandards auch vorgibt welche eingehalten werden müssen damit eben das gold überhaupt über die drehscheibe london verkauft werden kann und das e und das g das s und das s und das g das g kommt natürlich ins spiel weil wir eben wie gesagt uns in aller regel in schwellenländern bewegen wenn wir jetzt mal die usa kanada australien außen vor lassen die auch große gold produzenten sind aber in afrika in lateinamerika muss ich mich natürlich mit dem g vor dem hintergrund von korruption beispielsweise auseinandersetzen wobei natürlich die großen goldminen firmen dort ein sehr sehr genaues auge drauf haben weil sie wissen dass das ein zentraler punkt ist der die anleger beschäftigt und das s das s ist insofern auch relevant weil natürlich so eine goldmine immer ein starker einschnitt auch ist für die lokalen dörfer für die lokalen städte in bezug auf eben die die einschnitte bei der umwelt in bezug auf wassernutzung etc das heißt da geht es wirklich auch darum dass man diese diese gruppen diese lokalen gruppen mit ins boot wird ihnen erklärt was man macht dass man als kompensation im grunde eine gewisse infrastruktur zur verfügung stellt straßen schulen krankenhäuser etc aber auch das ist etwas was die großen goldminen firmen inzwischen im repertoire haben okay nun ist es ja so dass die notenbanken im vergangenen jahr sehr starke nachfrage entfaltet haben nach gold das hat natürlich auch sehr stark geholfen wenn die da herzhaft zugreifen was sieht man da in diesem jahr können sie da schon sagen ob dieser trend sich fortgezogen hat ins laufende jahr beziehungsweise was würden sie so in der langen frist auch vom gold kurs erwarten tatsächlich in dem jahr haben wir noch keine neuen zahlen bekommen sie werden mit einem relativ starken zeitversatz erst erst rapportiert was spannend ist bei diesen zentralbankkäufen im letzten jahr es gibt dort zwei quellen die wir anschauen das world gold council was eben diese hohen zahlen berichtet hat und dann gibt es noch den internationalen währungsfonds der eben auch sehr gut vernetzt ist natürlich bei den zentralbanken aber der diese zahlen nicht replizieren kann das heißt wenn eine relativ große lücke die momentan nicht erklärt ist und das ist natürlich etwas was die fantasie im goldmarkt anheizt da gibt es eine nachfrage und keiner kann identifizieren wer das war wir wissen es nicht in teilen wissen wir es nicht also wir können natürlich abschätzen dass russland seine reserven erhöht hat weil sie eben sanktioniert sind und nicht exportieren können wir wissen dass indien gekauft hat wir wissen dass china gekauft hat dass die türkei gekauft hat aber das erklärt nicht das gesamte bild wobei wenn wir uns diese käufer mal als gruppe anschauen dann bin ich recht stark davon überzeugt dass da nicht nur eine ökonomische motivation dahinter liegt sondern auch eine politische ein zeichen gegen die usa ein zeichen gegen brüssel aber wenn ich gold kaufe dann kaufe ich den anti dollar und das scheint meiner meinung nach wirklich in dieser multipolaren welt in der wir jetzt leben ein wesentliches element zu sein warum zentralbanken ins gold gehen okay das ist ja sehr spannend da darf man den nächsten bericht des wörpers kann sich glaube ich auch mit spannung erwarten was da so im ersten quartal ich warte auch drauf okay sehr schön und so in der längeren frist der gold kurs wo sehen sie das ungefähr hingehen also wenn wir jetzt zum jahresende blicken oder gar darüber hinaus sind sie da optimistisch dass wir die 2000er grenze noch überschreiten das hängt schlussendlich davon ab wie welche krisen uns noch ins haus stehen denn gold für uns ist ganz klar eine versicherung gegen krisen und wenn wir den großteil krisen hinter uns gelassen haben dann spricht es eher für einen tieferen goldpreis aber wenn noch mehr kommt spricht es eher für einen höheren goldpreis wir sind optimistisch wir glauben das schlimmste ist hinter uns wir rechnen nicht mit einer finanzkrise und deswegen gehen wir eher von tieferen goldpreisen als von höheren aus okay sehr spannend ja hoffen wir dass es keine ausgewachsene krise mehr gibt in diesem jahr ich bedanke mich recht herzlich für das spannende gespräch sehr gern für nächstes mal danke jetzt freue ich mich sehr noch den marktstrategen von invest.ch hier im studio begrüßen zu dürfen roland vogt roland welche preisbildungsprozesse siehst du denn da beim gold im markt und zwar frage ich jetzt als langfristige investoren gibt es da irgendwelche langfristigen trends die sich abzeichnen ja wir hatten im jahr 2020 einen sehr großen starken run ins gold hinein dann so jahresmitte im august hin ist dann das gold in eine konsolidierung übergegangen da ist es eigentlich heute noch drin und schwankt jetzt zwischen 1650 und 2000 dollar hin und her also bewegen wir uns zu einem relativ breiten band seither ja genau jetzt wenn man das im langfristigen kontext und danach hast du ja gefragt ansieht ist es eigentlich typisch für eine konsolidierung das heißt irgendwo in nicht wahrscheinlich nicht allzu ferner zukunft wird das gold seinen früheren trend wieder fortsetzen und derzeit nach oben also du bist relativ stark davon überzeugt dass wir einen höheren gold kurs sehen werden in diesem jahr im nächsten jahr aber prinzipiell in der langen frist sollte der kurs nach oben drehen ja das oder weiter nach oben drehen wir sind gerade wieder ja das exakte timing da würde ich mich jetzt wirklich nicht auf die erste rauslassen es dauert schon einige zeit und es kann noch weiter dauern also da kurzfristige spekulationen mit dem goldpreis würde ich mir jetzt nicht zutrauen aber ich bin zuversichtlich dass wir da in den nächsten sage ich jetzt mal ein zwei jahren richtung etwa 2300 2400 dollar vorstossen werden okay das ist dann der preis in dollar und was würdest du einem frankenanleger raten wie sieht es da aus weil da haben wir noch ein gewisses währungsrisiko ja das ist wichtig daran zu denken der goldpreis die zahlen die wir da immer hören die sind immer gegen us dollar jetzt zum beispiel gegen die europäischen währungen ist das gold hat das vor ein paar wochen erst gerade einen neuen hochpreis erreicht das heißt da ist eigentlich diese seitwärts bewegung die wir gegen den dollar sehen ist schon dran aufzubrechen also das wird also das kann man daraus schließen also der trend zeigt bereits nach oben in euro sagst du ja und somit auch also wir sind dort schon annähernd wieder auf den preisniveaus oben die wir im sommer 2020 gesehen haben und werden wahrscheinlich jetzt bald noch höher sein also siehst du eine relativ goldige zukunft für goldanleger ich danke dir recht herzlich roland und verabschiede mich auch beim publikum besten dank bitte geben sie uns feedback wenn sie mögen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal